In diesem Video geht es um die besten drei Gaskopffelder. Der erste Platz geht an das High-End-Produkt. Mit einer Leistung von 4,5 Kilowatt und einer erstklassigen Energieeffizienz erreicht die Wärmeleistung einen Wirkungsgrad von bis zu 63%. Das mehrschichtige, explosionsgeschützte, gehärtete Glaspanel ist kratzfest, platzt nicht und lässt sich leichter reinigen. Die Feuerabdeckung aus Messingguss ist hitzebeständig und nicht leicht verformbar. Hochtemperaturverbrennung, rutschfaster und stabiler Ofenrahmen. Doppelte Lufteinlässe, um das Abfallen des Rohrs zu verhindern. Das Batteriefachdesign kann automatisch mit einem Druck geöffnet werden. Klappensteuerungsventil Falls die Flamme beim ersten Gebrauch abnorm brennt, gibt es einen Brandschutz durch die Thermoelementfehlererkennung. Wenn der Sensorsplint die Hitze nicht erkennen kann, schaltet er automatisch die Gasquelle ab. Jetzt direkt sparen, der Link zum Produkt ist unten in der Videobeschreibung. Der zweite Platz geht an den Preis-Leistungssieger. Speziell für das Kochen mit dem Vogue entwickelt. Ideal für schnelles und leistungsstarkes Kochen. Unser Vogue-Brenner hat eine einzigartige Gasflamme, die die breitere äußere Oberfläche eines Vogue's perfekt erhitzt, was das Kochen verschiedener Lebensmittel und schneller ermöglicht. Gusseisen für hohe Temperaturen Robuste und elegante Gusseisenträger sind intelligent gestaltet, um das Leben zu erleichtern. Bewegen Sie Töpfe einfach von einer Flamme zur anderen und Sie sind leichter zu reinigen. Schnelles, einfaches und effizientes Zünden Zünde und steuere die Brenner auf der Arbeitsplatte mit größter Leichtigkeit an. Drücke einfach den Knopf nach unten und drehe den gewünschten Piegel mit einer Hand, während die andere frei bleibt. Das gehärtete Glas ist hitzebeständiger als normales Glas und hat auch eine hohe Biegefestigkeit. Der dritte Platz geht an das Sparprodukt. Genieße das Zubereiten deiner Lieblingsrezepte mit dem neuen 4-flammigen Gaskochfeld von Candy, bestehend aus zwei Schnellbrennern, einem Halbschnellbrenner und einem Hilfsbrenner. Das Reinigen deines Candy-Kochfelds war noch nie so einfach. Lege die Roste in deine Spülmaschine und starte ein Programm bei 70 Grad, 75 Grad, sie kommen wie neu zurück. Die Edelstahlknöpfe des Candy-Kochfelds sind seitlich angeordnet und daher schwer zugänglich für die Kleinen. Müde, dein Kochfeld von Flecken und Essensresten zu reinigen? Dank der glatten Oberfläche und fehlender Hindernisse erzielst du mit einem Wisch perfekte Ergebnisse. Lass deine Kreativität in der Küche ohne Sorgen frei. Das Candy-Gaskochfeld unterbricht automatisch die Gaszufuhr, wenn die Flamme versehentlich erlischt.